Hallo meine Sohn, hier ist deine Mutter, habe ich extra Briefe für dich schreiben. Ich habe deine Lehrer bei Rewe einkaufen gesehen und er sagte mir, du bleib in dieser Schule ja sitzen, weil du nur 5 und 6 in Zeugnis hast. Ich habe mit Baba geredet, er ist ausgelastet und er sagte als Strafe, schicken wir dich dort zu deinem Onkel. Sorry, du Opfer, hoffentlich wirst du im Dorf einen Mann sehen. Ach, und damit du weißt, ich gehe ja nie bei Rewe einkaufen und ich werde noch Pfandflaschen abgeben, weil in Aldi diese Pfandscheiße war kaputt. Tschüss, meine Sohn.